Hallo, ich bin die Marta von Die Happy und ich grüße euch ganz herzlich aus Berlin, wo wir heute ein Fotoshooting machen. Wie ihr vielleicht sehen könnt, hinter mir machen wir uns ein sogenanntes Fitting. Wie die Klamotten aussuchen, um ständig vor dem Spiegel, um zu sehen, was auf den Fotos am besten auskommen würde. Neue Bilder, kauft das neue Album, das am 24. September rauskommt, wir gehen dann auf Tour, wir freuen uns auf euch. Bis dann, tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017